Ich heiße Tim Hellmich, bin Geschäftsstellenleiter der Volksbank Rhein-Ruhr von den Filialen in Duisburg am Innenhafen und auf dem Duisburger Sonnenwall. Bin seit fast 20 Jahren im Hause der Volksbank Rhein-Ruhr, habe meine Ausbildung hier im Hause gemacht und verschiedene Positionen hier durchlaufen. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, diesen Job auszuüben und bin unheimlich gerne Banker. Der Kunde ist uns wichtig, das kriegt der Kunde in jeder Form und Art und Weise der Beratung hier mit. Egal ob vom kleinen Baby an, wir eine junge Familie begleiten, bis hin eben ins hohe Alter, in der Rente, wo es darum geht ältere Menschen zu helfen. Wir sind der Wegbegleiter und Problemlöser für viele Fragen rund um die Finanzwelt und darüber hinaus engagieren wir uns in der Region für die Menschen, die hier leben, für soziale Projekte und das macht die Volksbank Rhein-Ruhr eben einzig, einzigartig und auch die beste Bank, wie ich finde, eben hier vor Ort. Ich berate die Kunden bei uns so, wie ich selber auch beraten werden möchte. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Produkte, die wir anbieten, da stehe ich voll und ganz hinter. Das fängt beim Zukunftsplaner an, um Problemlöser quasi für die Kunden zu sein und, ich sage mal, Lösungen aufzuzeigen für finanzielle Situationen, egal ob es Kredite sind, Baufinanzierung oder auch Geldanlage. Und die Kunden bekommen von mir die Lösung an die Hand, die ich quasi mich selber auch wählen würde in der Situation. Und das ist wunderbar, dass man da die freie Hand hat, eben den Kunden das anzubieten, was einem selber sehr gut gefällt. Und ich finde, das ist eben sehr einzigartig und macht enorm Spaß, eben dann mit dem Kunden gemeinsam zu erarbeiten. Der Kinderst Generation Ja, mal вопрос. bottoms habe ich auch extra, ''Dark Barschím'', denn da börjar die Zünders aller in der Hohämmeissimo-Krimineel